der vierten folge von der zweiten staffel von clever board wir machen weiter und schreiben einem neuen clever wird jetzt als erstes guten morgen schreibt jetzt einfach mal ganz gut morgen und mal gucken nein ich gehe jetzt schlafen alles klar alles klar gute nacht man geht jetzt als ender alles klar dann gute nacht danke dir auch gute nacht ich geh krass nicht pennen aber ich will nicht schlafen schlafen ich auch nicht mal bitte hätte ich schreibe dann jetzt einfach mal was denn jetzt weil er hat ja gesagt okay nein ich bin der mädchen wer hat gefragt sagt wer gefragt wer hat gefragt was du wer wollte das jetzt ist wenn hat das jetzt gejuckt hatte ich würde mich ja kratzen aber es ist nicht so krass ich schreibe aber ganz schön krass dachte du wärst ein junge ich bin ein junge ich bin auch ein junge etwas gerade doch gesagt dass du ein mädchen bist hab bin habe ich krass nicht also manchmal ist das wirklich so der clever bot ist halt weil ich schreibe jetzt aber als mal habe ich nicht genau das hast du nicht genau das hast du nicht ja ja bitte halt dein schnauze ich habe jetzt richtig so ich habe jetzt aber wollen magst du mich jetzt mehr krass nicht krass nicht gut ich dich nämlich auch nicht passt habe ich doch nicht was denn was hast du nicht ich bin manchmal echt verwirrt was den clever bot angeht gesagt dass ich sie angezogen kann es so robbisch was ist robbisch digga was so ist robbisch junge was ist robbisch man ein youtuber echt jetzt also ich guck nicht wirklich viele youtube ich guck hat nur die die ich immer guckt also so wie paluten oder so gt deswegen bin ich gerade leicht verwirrt wer ist das ein youtuber wobei doch robbisch könnte irgendwie selber irgendwie sagt mir das was irgendwie sagt mir das was ich habe das war auch ja du bist es zu kennen kraften ist kraften ist kraften ist auch er ist und hat trotzdem kennig ihn nicht und er ist halt jetzt ja und kennengelernt sind n die die nicht den kennst du nicht halt zum maul bitte den kennst du nicht was hast du was das jetzt so ich schreibe so ja und kenn ihn trotzdem nicht weh kennst du nicht ich und ich kenne dich auch nicht ich krieg kaum schmerzdecker ach nee ja ich dich auch nicht ich frage doch mal was machst du so was machst du hier schreibt ich bin jetzt irgend so ich frage jetzt einfach was hast du heute noch vor mit 60 sagt man so ich bin krass nicht 60 16 nicht 60 so ein mädchen nein voll ich bin ein mädchen heiße bella niemand hat dein namen interessiert niemand hat einen namen interessiert jetzt also bitte finde ich auch erst nach als rolle gaffet herr ich schreibe jetzt einfach was findest du findest du auch schön dass ich ein mädchen bin was ist das jetzt also so langsam kriege ich hier echt paralysen als das paralysen ich auch kein plan egal ich ich krieg auch schmerzen aha weil ich schreibe jetzt mal wie heißt du mir die jetzt die schreibt oder das ist da was falsch ist ja sag ich nicht er hat er gehabt er hat es war karen weil das gehalten werden soll artig ist h aha ok nein ach es kann sich den doch kann ich auch kann ich das war's mit dieser folge wenn euch diese folge gefallen hat lasst ihr gerne ein like und ein abo da moment ich kann es auch noch mal verdeutlichen lasst ihr gerne ein abo da aktiviert die glocke um nichts mehr zu verpassen und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video wieder haut rein bis zum nächsten mal bis dann